Hallo und herzlich willkommen, lieben Freunde, zu einer weiteren Runde Shopping Chaos als Adventskalender-Special. Boah, das gab's letztes Mal das letzte Mal. Was? Die benötige ich's noch... Achso, ach, ah, genau. Er braucht einen Stock. Und dann krieg ich einen Emerald. Genau. Äh, das war dumm. So, wir nehmen einen Emerald. Du brauchst eine Steindruckplatte. Und, ähm, das Ganze halt als Adventskalender-Special. Warum... Muss ich den jetzt erst braten, Alter? Ja, na klar muss ich den jetzt erst braten. Aber ich bin auch ein Idiot, ne? Boah, es ist mir schon wieder viel zu viel. Hier, da schenke ich dir. Ähm, komm, mach mal schneller jetzt hier. Wir brauchen mal jetzt zwei. Ähm, Steindruckplatte, was brauchst du dahinter? Mann, ist total... Es ist schon wieder total kacke. Ich bin total außer Übung. Ähm, Sachen craften, neues Texture-Pack. Das Texture-Pack werdet ihr auch nochmal in richtig schönen Einsatz sehen, so. Dann kriegen wir jetzt hier ein... Ein was? Komm, mach! Mach! Psst! Kann ich grad nicht. Dann kann ich mal kurz ein bisschen erzählen. Hier, guck mal, hier kriegst du noch drei Stöcker. Ähm, und zwar Christmas Chaos gab's ja letztes Jahr schon mal. Wir sind hier Team Grün. Ah, leider können wir auch nicht an zwei oder so gleichzeitig ran. Ja, mach! Nicht Sensor-Schiene. Oh, wir haben jetzt schief mit Get. Wo sind denn die normalen Schienen? Da. Oh mein Gott, äh, haben wir hier Eisen, 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 Sand, Eisenblock, so. Ach, scheiße, jetzt müssen wir uns doch nicht ernsthaft eine Spitzhacke machen und die... Ich hab' keine Ahnung. Hat er das jetzt? Er hat's. Was ist das? Ein Spender. Boah. Äh, ein Werfer. Nee, ein Spender. Entschuldigung. Cobblestone, den hab' ich und Redstone. Wo ist die Werkbank? So und so. Wie sollte man nicht... Einen Bogen, okay. Den krieg' ich auch so noch hin. Dafür brauch' ich leider noch ein paar Stöcker. Ja, haben wir hier irgendwie Spinnweben oder so? Boah, ist total anstrengend. Ähm. Haben wir keine Spinnweben oder bin ich blind? Ah, er hat's schon gemacht. Ein Enderauge. Ähm. Da. Mach mal. Wir packen mal ihn hier alles wieder rein. Ach, die Fahnen hatte er sich gebunkert. Da ist er nett. Ja, los, bau mal schnell ein Enderauge. Ähm, dafür brauch' ich eine Enderperle. Ach, er macht schon. Leider kann ich nicht sehen, was der danach schon will. Aber das ist total schade. So, vielleicht jetzt. Äh, als Adventskalender-Special. Und. Wir schauen jetzt einfach mal. Wie das so wird. Ich find's ganz cool. Das ist ne Sensoren-Schiene. Was ist das da? Warte, warte, was ist das da? Unfreundlich erzielt. Das ist ne Steinplatte, ne? Ähm. Oder was ist das? Das ist ne Steinplatte. Eisen braucht er. Welches? Wie, wie, wie? Hat der denn Spinn... Ach, da. Ah, da haben wir sogar noch Eisenbahn. Genau, warte. Ich mach' Ihnen schnell die Druckplatte. Vielleicht hat er's auch schon. Jetzt verkacken wir's grad eh. Ich seh's schon. Hier. Da. Mongo. Da. Mensch! Toll. Das ist ja ein Traum. Na, Angel. Das Kriegelkind. Pass auf. Zack. Ähm. Wo ist die Werkbank? 1, 2, 3... 1, 2, 3... Hat der jetzt schon ne Angel? Alter, na, der geht mir auf den Keks, wa? Haben wir den besten Maid erwischt? Das ist ne Aktiv... Ist das ne Aktivierungsschiene? Ne, ist es nicht. Es ist eine... Wo sind die? Die hier. 2, dann brauch' ich hiervon welches. Und einen Stock. Okay, haben wir alles. Boah, ist das total stressig. Es ist halt wirklich so einfach wie... Wie richtig... Oh, nein. Achso. Es ist halt wirklich so wie richtig Weihnachten. Alles steht unter Stress. Man muss so viel machen, wie es geht. Ein Diamantbrustpanzer, der geht einfach. Machen wir gleich ein paar mehr hier. Gehen wir mal jetzt hier ran. Äh, 2... Zack. Und hier, bitteschön. Wir haben jetzt 4. Was ist das denn? Ein Notenblock. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Der muss hier weiter sein. Da ist er. Es ist ein Plattenspieler, oder? Das ist ein Plattenspieler, mein Junge. Äh, dafür brauchst du Oakwood. Das hab' ich grad noch so. Und was ist das? Ein Emerald in der Mitte. Okay, pass auf, pass auf, pass auf. Und schneller noch als der. Zack. Okay, für den nächsten. Was braucht der? Eine Holztür? Mein Gott, pack doch nicht immer alles weg. Ja, weil mir das ja auch reicht. Wunderbar. Ich nehm mir jetzt hier einfach mal ein bisschen Holz weg und wandel das schon mal um. So, eine Holztür kriegt er wohl hin. Mach! Wir sind total schlecht. Also, das hab' ich echt schon mal besser gekonnt, aber das war damals auch mit Basti. Eine Uhr. Alter, bist du behindert? Der will ne Uhr. Mein... Hör doch auf! Vier Gold und ein Redstone. Gut. Boah, hier. So. Mein Gott. Gibt auch Vögel. So, hier hast du. Perfekt. Ein Eimer. Vor allem, ich dachte mir, ich muss das hier noch zerhacken, hier irgendwie, das Eisen. Weil das ja gar nicht geht. Wir können uns ja hier nix craften und abbauen. Beziehungsweise platzieren. Okay, das krieg ich auch hin. Wenn ich denn hier mal... Warum hab ich jetzt die ganzen Scheißsachen im Inventar? Und was sollte ich jetzt nochmal machen? Da war's so. Das Ding hier. Er ist gelieft, Alter. Alles klar. Wie mach ich denn einen Netherstar? Okay, warte. Obsidian-Glas. Dann brauch ich Sand kurz. Hör mal auf hier. Zack. Äh, Sand. Einen Netherstern. Haben wir den hier irgendwo? Einen Netherstern haben wir. Und Obsidian. Eins, zwei, drei. Wie viel Glas brauch ich denn? Oh, ich brauch so viel. Aber warte mal, wir können jetzt hier einen zweiten Tresen aufmachen. Eine Holzpicke. Ähm. Oh, fuck. Uiuiui. Na, dat geht ja hier rund. Es ist ja einfach... Es ist ja ein Traum. Hat er einen Notenblock. Ein Glück hab ich den gemacht, wa? Als ob ich's nicht geahnt hätte. Was ist das? Das ist ein gebrannter Stein. Den hab ich auch so. Eine Schere und ein Diamondblock. Äh, so. Hier ist jetzt... Ist jetzt gut. Eine Schere... Und ein Diamond... Was? Ein Diamondblock vor allen Dingen. Ähm. Schere. Und ein Brustpanzer. Besser. Alleine komm ich einfach viel besser klar. Es ist... Es ist einfach so. Es ist traurig auf eine Art. So. Dann noch eine Schiene. Die haben wir auch noch. Lederbrustpanzer will er haben. Haben wir hier irgendwo Leder? Na klar. Ja. So. Pass auf. Zack. Den kriegt er auch. Die Lederjacke. Was halt alles man nicht so schnell machen kann hier. So. Komm. Wir eröffnen noch einen neuesten Stand. Erste Wahl haben wir. Eine Uhr möchte der haben. Der Heinz. Haben wir noch Redzone im Inventar? Ne. Leider nicht. Äh. Und was war das andere? Ein Goldapfel. Aber erstmal die Uhr. Wie viel? Ach mein Gott. Und ein Goldapfel. Haben wir hier einen Apfel. Perfekt. Oh es ist ja echt Stress. Es ist halt einmal wirklich. Standard. Es ist halt wirklich getreu. Oh gebratenes Schweinefleisch. Na klar. Warum habe ich nochmal drei Stände aufgemacht? Alter. Äh. Wo ist die Uhr? Hier ist er. Diamantstiefel. Schweinefleisch. Gebratenes. Äh. Gebratenes Schweinefleisch. Äh. Mal kurz. Wo ist es? Da. Zack. Was möchtest du? Diamantboots. Äh. Die kann ich dir sofort machen. Und eine Suppe. Dafür brauchen wir einen Pilz. Äh. Ich sehe hier gar nicht durch was ich heiße Ware bekomme hier. Denn eine Schüssel können wir uns im Notfall auch so machen. Aber okay. Die Pilze sind ja bei dem. Oh. Ne. Anziehen wollte ich es jetzt nicht. Äh. So. Perfekt. Eine Sensorenschiene. Die haben wir leider nicht. Die Suppe. Kalk die fix machen. Muss ich mir erst wahrscheinlich hier noch craften. So. Pass auf jetzt hier. Zack. Zack. Alter. Ja. Okay. Es ist mir zu viel. Na klar. Ihr wollt mich doch wohl alle verarschen. So. Pass auf. Dit Kalk machen. Das ist kein Ding. Dit Kalk auch machen. Das ist auch kein Ding. Ein Holzzaun. Ein Dings. Und eine Aktivierungsscheiße. Ein Holzzaun. Ich weiß gerade gar nicht mehr wie ein Holzzaun gegen den Idiot. Und ähm. Das ist. Okay. Da hab ich alles für im Inventar. Oh Gott. Das ist ja echt. Stressig. So. Hier. Du kannst mir mal. Eine Leiter. Ach. Leck mich doch am Arsch. Was wollen die denn alle. Alter. Oh Gott. Es ist. Zu stressig für mich. Es ist zu stressig für mich. Ich kann so nicht arbeiten. Aber wir sind immerhin. Nicht letzter. Das ist schon mal gut. Aber wir sind natürlich auch nicht Erster. Weil wir nicht. Weil wir nicht. So gut sind. Äh. Ich muss auch erstmal wieder ins Craften reinkommen. Und generell einfach alles. So Tintensack. Ein Stock und eine Feder. Stock. Feder. Und einen. Tintenbeutel. So. Immer ich hier die ganze Zeit rausschmeiße. Stock. Feder. Tintenbeutel. Hä? Es geht doch so. Das ist ein Feuerstein. Keinig Idiot. Das hätte ich mir auch denken können. Stock. Feder. Feuerstein. Ja. Hupt doch noch mehr am besten. Ähm. Goldapfel. Alter. Eine Lederhose. Das krieg ich hin. Und ein Goldapfel. Was war das? Ja. Eine Lederhose und ein Goldapfel. Ich weiß gar nicht wie lange diese Runde noch gehen muss. Er endet in 40 Minuten. Ah. Okay. Das heißt die letzten 40 Sekunden. Sie gehen gerade hier. Los. Hm. So. Dann machen wir einmal nochmal kurz hier. Vor allem. Ich weiß nicht. Also ich habe mir. Ich habe mir. diesen Spielmodus hier gerade mit zwei Leuten ausgesucht. Weil ich gerade keinen anderen gefunden habe. Der irgendwie bereit war. Und dann denkst du dir so ja nichts böse. Und dann plötzlich. Hast du hier den Salat. Dann findest du einfach mal so eine Runde. Wo dein Mate einfach mal lieft. Das ist ein Traum. Ist das ein gebackener Fisch? Ich erkenne hier gar nichts mehr. Das ist auf jeden Fall eine Steindruckplatte. Aber es ist egal. Wir haben jetzt. Weiß ich. Was haben wir für eine Schiefminder erzielt? Aushilfskraft. GG. Können wir auch nochmal in den Chat schreiben. Stressiges. Erstes. Erste Runde seit langem mal wieder. Und stressige. Runde für. Den Adventskalender. Aber gut. Sieht schick aus. Na guck mal da. Ein Weihnachtsbaum. Aber damit soll es denn das auch gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns morgen wieder. Beim nächsten Adventskalender Special. Ich hab die Schnauze erstmal voll von diesem Spiel. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.